Ich bin hier bei der Firma Althaus Ersingen, hier eine Pöttinger Aerosene 3000, das ist dann eine andere Liga als meine Sämaschine. Hier meine Maschine, die Fiona Sämaschine. Der Deckel ist kaputt, ich kann den nicht mehr fixieren, muss da in der Werkstatt gemacht werden. Und dann hat auch das Getriebe meiner Pegoraro Öl raus, vielleicht eine andere Dichtung, Schrauben nachziehen und Öl kontrollieren. Ich bin hier bei der Firma Althaus Ersingen. Ich bin hier bei der Firma Althaus Ersingen.